Tja, hallihallo hallöle und willkommen zurück zu The Bureau. Und er nimmt sich erstmal einen kleinen Schluck hier. Soll er auch? Im Moment ist noch Ruhe. Gleich geht's mit Sicherheit weiter. Steck mal weg, wir wollen nämlich jetzt auch weiter. Tja, wir haben ja die Vermutung, dass die Außerirdischen sich eine neue Basis bauen wollen und nutzen hier unsere hypnotisierten Menschen zu Arbeiter und verschleppt sie. Und wenn sie nicht mehr gebraucht werden, sollen sie dann praktisch um die Ecke gebracht werden. Das wollen wir verhindern. Ja, dann lass uns mal ein bisschen rennen. So, es wurde gespeichert. Verringert die Gesundheit des Trägers, aber seine Fähigkeiten laden sich viel schneller wieder auf. Ja. Da habe ich ja gar keine Lust zu. Ich bin mit dem, was ich habe, zufrieden. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Hey, ein Waffenarsenal. Alles einpacken, Agents. Wer weiß, was uns erwartet. Plasma-Scharfschützengewehr. Ja, ha, 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 ha. Das sind drei Schuss. Was soll das? Streulaser. Streulaser. Hm. Gibt es hier vielleicht noch irgendwie was anderes? Eine Kiste oder so? Sieht nicht danach aus. Ich möchte noch mal ganz kurz einen Blick riskieren. So viele sind es nicht. Noch nicht. Sie sehen uns nicht. Na, noch nicht. So, dann pass auf. Dann machen wir es ganz einfach mal so. Ich möchte ganz gerne den da hinten wieder... Hebe an. Trefft seine Verteidigung. Na, den da. Dann mal los. Feinde angegriffen. Angriff. Schieße auf den Ziel. Jetzt, solange es geschwächt ist. Genau. Oh, 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 oh. So, nicht alle Latten am Zaun oder was? So, wir bewegen uns. Zack. Mal da hin. Ne, komm, wir gehen mal hier in die Ecke. So, und du? Kommst mal hierher. Dann könnten wir eigentlich mal den Scharfschützen übernehmen. Ich habe ihn unter Kontrolle. Setze Drohne ein. Und das MG. Bringen Sie ein Geschütz in Stellung. Sie haben Schilde. Geschütz in Position. William, bitte kommen. Ich habe es. Machen Sie es kurz. Wir sind hier beschäftigt. Wir haben einen Energieturm entdeckt. Und in Verbindung mit den Messdaten in der Umgebung. Zur Sache, Doc. Sie schicken Verstärkung, William. Verdammt. Und was ist mit der Rettung der Hypnotisierten? Sie müssen schnell machen, wenn Sie sie retten wollen. Nicht gut, dass da wieder so ein... Wie heißen die büten? Muton, genau. Sie machen einen Vorstoß. Oh Mann, ey. So, pass auf. Wir machen jetzt folgendes. Wir nehmen ihn hier mal hoch. Genau. Ich würde sagen, wir teilen uns den Typen einfach mal. Das war doch mal cool. Soll doch mal einer sagen, wir haben es nicht drauf. So, wir müssen da hoch, gell? Haftgranaten. Zack, zack, zack. Ja, ist okay. So, wir machen folgendes. Ach, ich kann noch gar nicht. Sorry. Wer schießt hier auf mich? Haben wir eine Drohne? Nein. So, den haben wir auch. Kleine Heilung gefällig. Durchhalten. Schießen die hier immer noch irgendwie auf den Scharfschützen, oder was? Ach, da, okay. Pass auf, ich würde mir hier ganz einfach mal... Geht das? Geht das hier nicht runter? Ich will doch nur, dass du da... Oh, fuck. Ja, das war nicht so gut. Und dann kommen einfach mit. Mit, 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 mit. Dann kommen einfach mit. Zipf. Hilder, wir ziehen den Trauer. Hat der gerade Shit gesagt? Ha, 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 ha. Da oben, vorne. Kopf runter. Scharfschütze. Wir kriegen Besuch. Scharfschütze, runter. Das ist ein Krokentransporter? Bereit machen. Jetzt wird's richtig heiß. Alter. Schwede. Aber der Truppentransporter, du haust doch wieder ab, oder? Hilfe! Bewegung! Granate! Der haut nicht ab. Scheiße. Ich dachte, schreit dir jetzt jetzt ab. Ja! Ja! Mein Volltreffer! Hüpft! Haltet den Druck aufrecht! Kopf runter! Scharfschütze! Geht auf! Granate! Geht auf! Scharfschütze! Ich kann nicht heilen. Setze Drohne ein! Dann lass uns mal das Kopfkino aktivieren. Soll ich doch, wir werden jetzt geheilt hier? Ich bin selber auf dem Ballett! So, jetzt können wir gleich wieder heilen. Das ist gut so. Heilung aktiviert! Ich weiß nur, man muss noch den Großen irgendwie eliminieren. Mal schauen. Viel Munition habe ich ja nicht mehr. Ja! So, können wir noch irgendwas aktivieren? Doch. Unser MG hier. Wunderbar. Und jetzt dürfte es sein. Jawohl. Na, wo ist der Zweite? Was ballert der denn nach? Ah, unser. Da. Okay. Aber das heißt, wir holen uns jetzt erstmal Munition. Und auf geht's. Schnappen wir uns den letzten jetzt auch noch. Wir sind alles gut. Ziehen wir weiter. So. Wo müssen wir hin? Und da müssen wir hin. Das hat doch mal richtig gut geklappt. Bringen wir es zu Ende. Vater! Alles in Ordnung? Das war's hier. Bringen Sie uns nach Hause, Barnes. Wunderbar. Zurück zum Stützpunkt. Ausrüstung erhalten. Plasma-Waffen richten deutlich mehr Schaden an mechanischen Gegnern an. Ja. Wunderbar. Und unsere Agenten sind auch schon wieder zurück. Na Mensch. Nicht mehr lange, was? Hoffentlich. Mit den der Laden hier fehlen? Keine Frage. Ich weiß nicht. Ich würde mal vorschlagen, bevor wir hier die nächste Mission beginnen, machen wir eine kleine Pause. Viel zum Reden kam man jetzt hier gerade nicht. Im Feuergefecht war ich natürlich wieder mal ein bisschen geflasht. Kommt hin und wieder mal wieder vor. Aber wir haben es gepackt und das ist das Wichtigste. So, und ja, bevor wir uns die nächste Mission aussuchen, machen wir hier eine kleine Pause. Wir sind zwar nicht ganz bei 15 Minuten angelangt, aber wer weiß, ihr wisst ja, die Sache mit der Überlänge. Jutti. Und dann bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ich sehe dich wieder. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss.